Wenn man jetzt irgendwie das Facebook-Team fragt, wie viele Buchungen hat diese Journey bestehend aus Facebook, Google, Affiliate, Touchpoints, wie viele Buchungen habt ihr gebracht? Dann würde das Facebook-Team sagen, das Social-Media-Team würde sagen, ja klar, wir haben eine Buchung gebracht, sieht man dann. Dann fragen wir das Search-Team, das Google-Team und die sagen, naja, wir haben auch eine Buchung gebracht. Und das Affiliate-Team sagt dann, ja, wir haben auch eine Buchung gebracht. Und das ist tatsächlich so, dass wenn wir eben mit Advertiser-Attributionen arbeiten, also eben auf Attributionen in den Netzwerken schauen, dann haben wir hier plötzlich aus einer Buchung drei Buchungen und wissen eigentlich gar nicht, was wir so richtig machen können. Und deswegen ist für uns eben das Thema Attribution, also wie verteile ich Umsatz auf verschiedene Touchpoints, extrem wichtig. Was eigentlich so wichtig ist bei so einer Attributionslösung, ist es nicht nur zu gucken, okay, gab es einen Google-Ad-Klick vor dem Facebook-Klick und dann die Conversion, sondern auch die Zeitabstände zwischen den einzelnen Touchpoints zu verstehen. Weil man sich ja natürlich ausrechnen kann, dass zum Beispiel nach so einem ersten Kontakt, also beispielsweise einen Facebook-Ad-Klick, die Kaufwahrscheinlichkeit erstmal hoch geht. Okay, dann kommt vielleicht ein zweiter Marketing-Kontakt oder ein Kontakt in der App oder an der Seite und dadurch geht jetzt hier die Kaufwahrscheinlichkeit in diesem Beispiel erstmal runter. Und was wir halt letzten Endes in der Attribution tun, ist, dass wir diese Kaufwahrscheinlichkeitsdifferenzen nutzen, um zu überlegen oder um anzuzeigen, wie wichtig eigentlich diese Marketing-Kontakte waren. Und Flixbus kam jetzt um die Ecke und hat gesagt, ja, könnt ihr eigentlich auch Mobile-App-Attribution? Und das ist genau das, quasi dann das nächste Thema. Da waren wir ehrlich gesagt bis vor einem Dreivierteljahr noch ziemlich grün hinter den Ohren. Mittlerweile zählen wir wahrscheinlich mit zu den wenigen Lösungen, die auch so Machine-Learning-Algorithmen wirklich auch Mobile-App-Journeys anwenden können, was wir eben auch jetzt für Flixbus machen. So, dass man dann eben nicht nur Web-Journeys hat und Mobile-App-Journeys, sondern im nächsten Schritt natürlich auch versuchen möchte zu gucken, sind das vielleicht die gleichen User, also Thema Cross-Device. Also das erstmal zusammenzuführen, zu verstehen, wo fängt eine Journey an, wo gibt es möglicherweise einen Plattform-Switch von Web zu Mobile oder vielleicht von einem Smartphone zum nächsten oder zum Tablet. Und dann eben hinzugehen und zu sagen, okay, wir verteilen quasi das Ergebnis, den Umsatz, den Euro, verursachungsgerecht auf wirklich jeden Touchpoint, der ja auch mit Marketing-Invest verbunden ist. Ich glaube, wir haben es auch schon auf der Retail-Stage gestern gehört bei About You, da ging es ja auch um das Thema Lock-In-Effekte. Also ich glaube, jedes Unternehmen muss dazu beitragen oder muss eine Strategie haben, um Kunden einzulocken bei sich im System, um quasi langfristig nicht immer wieder die Kunden einzukaufen. Und genau dieser Effekt, dass wir quasi in der nächsten Buchung eben auf Free-Channels sonst attribuieren würden und sagen würden, es gibt eigentlich keinen Effekt von Paid-Channel auf die nächsten Orders, sehen wir als massiven Fehler an. Und deswegen haben wir ja auch gesagt, wir brauchen eben eine Customer Lifetime-Value-Attribution, also wir brauchen alle Cashpoints hinweg, ohne es quasi aufzusplicken. Und das führt eben dazu, dass man in Paid-Channels vernünftigen ROAS, vernünftigen Return on Advertising Spend hier sehen kann. Warum neutralisch an Advertiser? Niedubrizierung von Perversions. Also ich glaube, es ist wichtig zu wissen, was geht eigentlich ab im Unternehmen. Warum MTA statt Last Click? Wir wollen die ganze Journey Cross-Device berücksichtigen. Genau, warum algorithmisch, statisch oder eben auch da eben hinzugehen und Machine Learning Algorithmen einzusetzen, Customer Journeys und Nicht-Customer Journeys zu verstehen, welche die nur einmal bestellt haben, welche die nur zweimal bestellt haben oder viel mehr mal. Das alles in das Machine Learning Algorithmen einfließen zu lassen und entsprechend zu analysieren. Und dann, ich glaube, das ist jetzt deutlich geworden, auch Customer Lifetime-Value-Attribution-Ausage ist einfach ein mega wichtiges Thema für jeden E-Commerce-Würstler. C.E.V. hat immer so am besten Machine Learning gestützt. Wie wichtig ist das Lifetime? Wie wichtig ist das auf Shawn Rundナ? Wie wichtig ist das, wie wichtig ist das Lifetime-Würstler? Danke, wie wichtig ist das neuempelstellen. Die dachten in Kurk-Glade an. Vielen Dank.